Heute machen wir mal eine süße kleine Solo-Runde und versuchen mal, ob wir irgendwas gerissen kriegen. Ich glaub's eh nicht. Ah, wir schauen mal. Ich mach mal den Ton wieder an. So, gucken wir mal. Ich würd sogar sagen, wir springen da hin. Allerdings ist hier Polen auf, ey. Mal schauen. Okay, 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 okay. Die fliegen in alle Richtungen und nicht wo ich hinfliege. Geil. Das sieht gut aus. Jetzt ziehen wir runter. Gut, dass der Wind nicht immer laut ist. Schluck Kaffee, solange wir noch nicht landen. Ah, so. Jetzt schauen wir mal. So. Das sieht aber eigentlich... relativ... gut aus. Jetzt laden die Texturen nicht. Das wird wahnsinnig. Ah, hm. Just in time. Was besseres als ne... 45er wär schon geil. Ah, da wird sie. Tü-tü-tü-tü-tü-tü. Och. Mittelmäßiger Loot bisher. MP... Oh. Oh. Halt, da war noch. Hey, braunrucksack. Trink ernst. Geil. Uh, 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 uh. U MP. U MP. Flying Stones. nicht weit bis zur zonne aber in der ump werde ich nicht so sonderlich weit kommen muss ich nur beschweren noch jobs jetzt war ein schlückchen kaffee kommt rüber da wie ich es hasse immer diese Punkt 45 Handschuhe Ich dachte ich hätte Schritte gehört. Nö, ist wohl nicht so. So langsam werde ich ein bisschen kribbelig. Oh mein Gott. Hier vorne war noch eine Tür, oder? Ja. Ja. Hat sich ja gelohnt. Gehen wir hinaus. Und nach Dortens. Ich dachte schon. Ich dachte, was gesehen zu haben. Ah. 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 Ach. Printblendgrad finde ich ziemlich doof. Ah, eh. Das ist es. Ach. Ich bin der Sniper. Nee. Ich bin der Sniper. Ich bin der Sniper. Ja. Da, 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 da! Erstmal überall hängen bleiben. Halt, da ist noch noch Raum. Alles looten. Ja, nix gebrauchen, nix zu gebrauchen, da liegt auch nix, aha, M16, zweimal, Auto, fährt zielstrebig weiter, gut. Ey, hier liegt ja überall der gleiche. Ich will was besseres als M16, bitte. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen, bitte. Bitte, bitte. Es ist aber schon wieder mal zu ruhig hier. Ich werde dann 100% wieder unaufmerksam und dann passiert irgendwie der Schiss. Ach, immer nur die M16. Ah, ich muss dann auch so langsam los. Ein paar Meter muss ich ja noch, auch noch eine M16. Oh. Ich meine, die ist ja nicht schlecht, aber es geht halt besser. Und vor allem das Kaliber stört mich. Und zu klein ist Kaliber. Ja. Okay, irgendwie war da lang. Das eine noch und dann machen wir den Abgang. Ja. Ja. Na, jott. Machen wir mal ein paar Meter, ne? Gut, die Brücke ist schon im Gebiet. Okay. Ups. Wand. Was, ne langweilige Runde. Ich meine, es ist besser als zu sterben, aber nicht sehr spannend. Ich meine, es ist besser als zu sterben. Ich muss noch ein bisschen die Mitte markieren, damit man auch weiß, wo man hin muss. Jetzt wird es aber risky hier an der Brücke. Bomber kommt. Und ich hasse diese Brücke. Oder allgemein die Brücken. Und ich weiß nicht. Was ist das? Oder was ich hier? Und ich weiß, dass ich hier ein bisschen verabschiede muss. Okay. Und ich weiß, was ich hier soll. war da gerade jemand definitiv weiß nur nicht genau wo ich weiß wo ich glaube ich habe Post ich habe ihn übrigens gefunden auch wenn ich eine schlichteste Schützen aller Zeiten bin ich habe ihn gefunden ach nee da nehmen wir nur Energy sollte reichen es hat zu reichen ich muss nämlich weiter Wand immer dieses Auto rennen wenn der gegen die Wand rennt ätzend wie weit müssen wir überhaupt ich weiß es ist eine scheiß Position aber ach kacke was die Hälfte hätte man fast lecker Kaffee mit Mandeln mir nicht fallen an Gelegenheit kann ich sagen ich meine ich bin ja schon schlechter Schütz aber gut dass er eben noch ein schlechterer war also ein noch viel schlechterer sogar was mir allerdings ein bisschen Sorgen macht ist dass hier alles gelootet ist weil weil dann ist hier meistens noch irgendwo einer ich glaube nicht dass der das eben war wobei könnte sein allerdings hat er echt schlechten Loot gehabt da vorne ist auch gelootet ja 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 Nein, 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 nicht schlecken. Oh, fuck you all. Beschreckt einen das, ey. Echt alter Glückspilz. Müssen wir leider was machen, was ich ungern mache, an der Straße entlang. Anscheinend ist mir hier einer immer einen Loot voraus. Die Frage ist, ist der noch hier? Ne, ne. Ja, nein, wo gräbst der ab? Steht Motorrad auf jeden Fall. Hm. Zu Fuß wird das schon ein hartes Stück. Schüssellings hinter mir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die haben sich alle auf mich abgesehen, muss man wissen. Jeder einzelne. Jeder. Ja, es ist so ein gehoffenes Feld, aber das Motorrad ist hier vorne. Wo war der denn da unten? Angst. Hä? Ich hatte hier doch gerade einen Motorrad mit Beibagen gesehen. Ey, ich schwöre. Ich war bei gerannt? Hm. Oh, oh. Nun war ich echt bei. Ich hoffe, nur hier ist keiner. Oder da. Oder überall. Ist das mit Beibagen oder? Oh, geil. Ohne. Ohne. Fay. Ja. Ich erinnere. Das ist das, was wir twisting dem,alfot war, ohne, ja. Ohne. Bo parallel. Ohne. Ohne. Das ist die Schlange. Ohne. 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 Ich hasse es. Dieses Motorrad ist vor den Arsch. Warum zur Hölle haben die keinen Gurt? Ich sollte den Kotzen. Na gut, dann, ja. Danke fürs Zuschauen. Kotzt mich das an. Okay, tschüss.